hey kinder was geht bei euch ja willkommen wingman und sowas wäre so wir haben jetzt natürlich erst nicht wieder dieser map kommt aber ich glaube der shortluster stehst du schon die anderen zwei sind schon day und sehen ziemlich hart aus oh mein gott der eine hat die hau der eine hat hardcore vor seinem namen stehen ach du scheiße jetzt jetzt kommst du momentan auf die server das war die ganze zeit andersrum das ist schon mal gute graf die karte hat mich geneift alter event verlieren gott ja verloren hundert prozent oh mein gerd ok werden wir verlieren koppeln lassen lieben der hat nicht gefressen deine so da kenne ich nicht da kenne ich nix wieder mache ich dir den nade kill du was also alter video uns dominieren was ist da los ja ich hoffe ich habe die folge gefallen bewerten nicht vergessen bis zum nächsten mal tschüss tschüss das wahrscheinlich die dinge ablauf mir die begrenzungen ich will gucken wo die spawnen können ach du scheiße ist das hier komplett da du kannst untenrum durchlaufen also ich kenne ziemlich gut die map hier ja aber ich meine die ist nirgendwo abgegrenzt für unseren spielmodus dies komplett nett ist dies map technisch zugemacht aber nur hin oder wenn ich habe bescheuert guck du kannst hier zum beispiel nicht links laufen da steht so eine kiste davon ja aber alle anderen bereiche sind relativ offen ach du scheiße mann also die haben richtigen tiefs bauen die warten jetzt nicht am bombenplatz auf okay wir müssen erstmal zum spot rennen ah ja aber die bombe ist hier drin genau ich erinnere mich jetzt erinnere ich mich naja der platte die stehen beide hinterm hinteren gestern oh fuck ich dachte wir kriegen jetzt einfach noch den dritten sieg hier reingenudelt aber nein scheiße das wird das geschwitze wie war das gerade eben ja wir sind voll gut aber ich finde wenn man die letzten zwei videos anschaut dann das sieht aus dass wir das eine leichtigkeit für uns werden jetzt drücken wir uns hier so die fresse voll ich gehe hinten rum ich bin hinten dran langsam er drückt mich weg mann 42 habe ich mir gegeben scheiße ich habe mir auch keine sache raus ich hoffe ich bitte bitte jetzt kam gleichzeitig ich habe auf den hinteren so gehofft haben da kommt natürlich der da der andere schneller antisemitismus wie heißt das direkt um unser was und ich höre jetzt molly ich schmeiße direkt da vorne auf dem spot drauf ich hoffe ich hoffe ich treffe das gescheit aber ich über das hin soll ein bisschen und dann halt dran an den speck ich hab heute gepanickt und einfach irgendwo hingeschossen ist das nicht auf umgeschnitten ab jetzt geht es übrigens los leute wir machen direkt doppel dass wir nicht diesen ultra fast plant hinkriegen ich versuche weit weit rein zu machen mein mittelmäßig funktioniert oh scheiße 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 ich bin unterfeuern nein 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 man konnte hier nicht mehr weg scheiße ja 55 habe ich ihm eingegeben mehr halt ja doch shit man sorry das wird jetzt hart aber fair das wird jetzt hart aber fair poppfleisch tun machen tot ich hab das reicht noch ja locker locker nice man klein bisschen klein fix sorry okay ich geh jetzt ich mollis und dann gehe ich rechts durch diesen gang durch diesen klein oder was also rechts durch den gang so easy vielleicht machen sie jetzt gar nicht schnell anspast ich bin hinten bei long wieso nicht anspast dann sind sie noch hinten in diesem kleinen tunnel die heben ab und warten dass wir rein laufen glaube ich ja mit jetzt nichts mitte ich bin mitte ich stehe hier oben das gar nichts nice noch einer genau habe ich nicht gesehen poppfleisch kurz rein ich bin runtergefallen ich bin jetzt bei denen am spawnen ich komme von hinten du müsstest dem ich lenke ein bisschen ab hiermit der ist aber uns botner irgendwo steht hinter mir nein er hat sich verkämmt dieser bastard wie kann man so scheiße über der leiter hockt er jetzt kommt da ist so wichtig es war so wichtig dass ich habe schon ich habe schon gerochen dass er daugt aber ich konnte es wollte selbst nicht waren kannst du droppen ich wollte es einfach nicht wahrhaben dass er sich da echt hinsetzen er macht es tatsächlich was ein dreck okay kleiner halunkel das ist so ein richtiger handel so ein halunkelchen ist dann kurz mitte unten ich sehe nichts das ist einfach abwarten bevor wir den wir in die falle gehen hast du geschafft okay es ist es scheint doch in den ein gleich aufhändes spiel zu sein mancher bin ich echt überrascht der gut ich bin was da war ein klein doch aber komplett zu dir ist gleich hinter dir hinter dir oder ist er raufgegangen da wo du gerade herkommst da kommt er jetzt glaube ich auch her genau hinter dir quasi krasser headshot noch von ihm ich habe nur noch fünf aber ich glaube ich habe jetzt noch was machst du du hast drei bis ich fleisch jetzt rein und mit p90 also schmeiß ich keinen molly beide dann schmeiß ich kein molly ich renne durch das machen machen wie du bedenkst ja ich weiß kein molly sonst kriegst du noch damit schmeißt ich immer so close okay ich weiß nicht was ich mir gedacht habe ich steht da mit einem fleisch bin so ein voller was du warst mit der fleisch da gestanden ja ich wollte flashen ich dachte ich habe noch kurz zeit ich war noch voll weit weg von dem loch aber jetzt wahrscheinlich top spawnen oder so was auf das wird jetzt ultra schwer also ich glaube mit einem schnellen plant ist es hier schwierig ne man sollte er auf kees gehen wir gehen beide outside hier an diese rampe wir sehen die gerade noch so crossen an diesem auto wenn wir uns jetzt mit dem messer schon hin und dann versuchen wir einen lucky weg zu headshotten jetzt sehen wir sie gleich nicht what the fuck über uns rechts kann auch einer da ist einer am auto ich geh zurück ich geh nice 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 okay ich bin da bin da nein passt schon passt schon lass hier bleiben hinten 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 steht er ich kann ich kann bleiben ich geblenden ich geblenden halt einfach da am loch genau weiter warte lassen kommen lassen kommen wir haben die bombe gelegt zeig dich am besten nicht mehr naja aber da braucht mich ja ach so dass du da hast du dich sorry ich dachte der will in das loch ein ja nice man diese pisse easy pisser okay das war geil also sobald wir den first kill haben können wir planten jetzt würde ich sagen gehen wir mal die ding hoch die leiter hier links die leiter ich mag diesen langen gang ab und ich molly hier direkt vor ich glaube der ist da übrigens ich molly da direkt er kann von da nicht mehr kommen ich bin ganz rechts ich bin ganz rechts ich gehe mal hier rüber und gucke ob er outside ist vorne dran noch ne ihr könnt jetzt im langen gang sein ne fuck er ist hinter mir alter was ein pisser er stand einfach richtung sniper spot richtung scout spot wie der wieder heißt oh shit man wir sterben wir sterben das ist doch nicht schön die bombe geht hoch ich wollte gerade sagen wo rennt man hier hin dass man nicht stirbt ich gehe jetzt wieder an die rampe ich habe versucht hinein also da oben rechts hin oder ganz also ich bin gerade aus zur rampe und versucht einen zu flussblicken okay ah die sind beide in meinem auto wahrscheinlich so wie es sich angefühlt hat einen millimeter daneben geschossen ich könnte brechen ich gehe direkt oben lang und gehe outside beide inside irgendwo ich gucke inside rein sehe aber nichts gucke hier vom loch rein sehe auch nichts ich gehe weiter rein das ist eine blöde situation hier kannst du langen gang gehen ja ich bin und bei der leiter ist der trainer ich glaube ich kann planen wenn du langer gang durch bist was Pass auf, jetzt werden sie damit rechnen, dass du dahin gehst. Ja. Ich geh jetzt rein, aber nicht tief. Und werd den langen Gang abnehmen. Und was, wenn du da rechts hoch gehst, die Ding... Da kannst du doch... Ja, Polen, ne, geh rein, geh rein. Ich mach das, ich geh hier outside. Ja! Down. Der ist bei mir, der ist bei mir. Der ist right side in dem Gang, hat nur noch 40 HP, hat jetzt meine AK. Ist da oben, ist da oben. Ja, oben, oben. Ich bin da rechts lang gegangen, da rechts durch diese Treppe, genau. Hat noch 40 HP, vielleicht kämpft er da. Heilig gehört? Keine Ahnung, Intuition vielleicht. Ach du Scheiße. Heilige Kacke, Mann, das war hart. Ich hab ja die Bombe gehabt, theoretisch. Ich glaub, das Interesse haben können, einfach die Bombe zu legen, aber... Krass. Okay, lass jetzt... Ich weiß nicht, ob wir draufgasen sollen. Also uns fehlt noch eine Runde zum Gewinn oder zum Draw, schon. Zum Gewinn. Zum Gewinn, ja nice. Also hätten wir jetzt so, das ist schon ein Draw in der Tasche. Ne, na, das weiß ich nicht. Gibt's hier ein Draw? Ich weiß es nicht. On-Spot läuft einer rum. Ich geh rechts außen lang. Langer Gang, mindestens einer. Oh, beides in outside. Fuck, und ich hab die Bombe gehabt, sorry. Ich bin so dumm. Läuft, läuft. Ich fixe. Oh nein, wie viel? Ach, 49 nur. Shit. Aber was steht da auch in der Ecke? Hallo? Was soll denn das, bitteschön? Okay, lass Ultra drauf. Ja doch, das ist die ganze Zeit hier schon diese Runde, diese Match Round. Also das Draw ist schon drin eigentlich. Lassen wir den Attack 9 drauf und versuchen, auf den Plan zu gehen. Okay. Fuck, man. 52, andere ist langer Gang. Oh. Scheiße. Okay, warte. Ähm. Wir müssen nochmal langsam spielen eigentlich, oder? Und die wegpiken. Okay, full buy, oder? Ja. Ähm, ja. Ach, scheiße, ich bin gerade so unsicher. Ich weiß nicht, ob ich nicht gehen soll. Nur kurz warten. Da ist ja noch ein Spot. Long, 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 longer Gang. Scheiße, Mann. Ich hab ihn, ich hab ihn nicht gekriegt. Er hat mir, ich, er hat mir ja ultramäßig Damage gegeben, der Pisser. Ich geh jetzt außen lang und geh über den rechten Gang. Ja, der ist zu krass. Die haben mich so vermutet hier schon. Der hat da schon hingesmoked. Ja, okay. Alter, ich hab nur sein Fitzelchen da gesehen, wie er sich bewegt hat. Easy. Oh, shit. Alter, ich hab eine Green Apple. Dingsbums. Ich hab, ey, ich hab... Hast du auch zwei bekommen? Zwei von diesen Dingern. Winstreak Bonus. Na klar. Musst du ja auch. Ja, ich hab mir... Ähm, ja, ja, genau. Hab ich. Ich hab jetzt, äh, 6. Kurva, wo ich zockt, das ist nun gar. Ich mach einfach mal GG easy für alle Fälle.